Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Gattungsporträt. Nachdem wir in dieser Woche schon in das Thema Gattungsporträts eingestiegen sind und wir euch die Schnecklinge vorgestellt haben, geht es heute mal um eine Gattung mit Arten, wo ich sagen würde, sieht erstmal nicht typisch nach Pilz aus. Und zwar geht es um die spannende und wunderschöne Gattung der Stachelbärte. Die Gattung der Stachelbärte enthält vier Arten. Wild wachsende Arten sind bei uns in Deutschland nur sehr selten zu finden. Einige Arten aus der Gattung der Stachelbärte werden aber in großen Mengen gezüchtet und sind sowohl beliebte Speise wie auch Heil- und Vitalpilze. Was macht Arten aus der Gattung der Stachelbärte aus? Woran kann man Stachelbärte typischerweise erkennen? Stachelbärte bilden keine typischen Fruchtkörper mit Stiel, Hut, Lamellen oder Röhren aus. Sie wachsen vielmehr büschelig aus dem Substrat heraus und bilden dabei an den Enden der Fruchtkörper je nach Art mehr oder weniger lange Stacheln aus. Farblich bewegen sich die Fruchtkörper der verschiedenen Stachelbärte Stachelbadarten je nach Art und Alter zwischen weißlich, cremeweißlich und gelbbraunweißlich. Der Sporenpulver ist weiß gefärbt. Stachelbärte sind Folgezersetzer. Sie gehören zu den typischen Holzbewohnern und können dabei sowohl lebendes als auch totes Holz bewohnen. Die meisten Arten erscheinen auf totem oder geschwächtem Laubholz. Die Eigenschaft Folgezersetzer bzw. Totholzbewohner macht die bisher vor allem in Asien beliebten Speisepilze zu tollen Zuchtpilzen. Vor allem der als Lion's Mane bezeichnete Igelstachelbärte wird in Massen gezüchtet und als Speise bzw. Heil- und Vitalpilz vermarktet. Wie sieht es denn mit der Verbreitung aus? Stachelbärte kann man tatsächlich weltweit finden und ebenso weltweit werden einige Arten aus der Gattung auch gezüchtet. Bei uns in Deutschland gelten die verschiedenen Stachelbärte leider als selten bis sehr selten und können nur sehr, sehr zerstreut gefunden werden. Wir selbst haben bisher wilde Vorkommen vom Tannenstachelbad, vom estigen Stachelbad und vom dornigen Stachelbad finden können. Der hier gezeigte Igelstachelbad war ein Zuchtpilz. Wie sieht es denn innerhalb der Gattung insgesamt mit dem Speisewert aus? Bis auf den dornigen Stachelbad werden alle Arten aus der Gattung der Stachelbärte als gute Speisepilze und zusätzlich zu den Heil- und Vitalpilzen gezählt. Der Igelstachelbad ist wohl einer der am meisten gezüchteten Pilze überhaupt. Die Art kann sowohl selbst gezüchtet und frisch zubereitet werden, als auch als Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel in Kapselform, erworben werden. Bekannt sind vor allem positive Effekte auf das Gehirn und die Nerven. Der Igelstachelbad soll unter anderem gegen Unruhe, Angstzustände und Alzheimer helfen. Zu beachten ist dabei, dass alle wild wachsenden Stachelbärte aufgrund der Seltenheit im deutschsprachigen Raum unbedingt geschont werden sollten. Abschließend möchte ich das kleine Gattungsporträt mit ein paar Detailinformationen zu den vier Stachelbad-Arten. Starten wir gleich mit dem berühmtesten Kandidaten, dem Igelstachelbad. Besonders gerne soll der Igelstachelbad auf totem oder geschwächtem Buchen-, Eichen- oder Obstholz gefunden werden können. Die Art wird als feuchtigkeitsliebend beschrieben und kann vom Sommer bis in den späten Herbst hinein gefunden werden. Wilde Vorkommen des Igelstachelbads sind extrem selten. Die Art befindet sich deshalb auf der roten Liste bedrohter Arten und hat dort den Status RL2 stark gefährdet erhalten. Allerdings handelt es sich beim Igelstachelbad wie schon kurz angemerkt um einen beliebten Zuchtpilz, der entweder selbst gezüchtet oder gezüchtet gekauft werden kann. Gerne möchte ich an der Stelle nochmal im Detail auf die Heil- und Vitalpilzeigenschaften eingehen, die dem Igelstachelbad zugesprochen werden. Da geht es nämlich nicht nur um Angstzustände oder innere Unruhe, generell nervliche Beschwerden, die der Igelstachelbad lindern soll, sondern auch ein paar andere Punkte. Und zwar Erkrankungen des Verdauungstraktes, Magenleiden oder Sodbrennen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Entzündungen der Speiseröhren-Schleimhaut oder sogar Krebs im kompletten Verdauungstrakt wie zum Beispiel Speiseröhren-, Magen- oder Dickdarmkrebs. Neben den nervlichen Beschwerden und den Erkrankungen des Verdauungstraktes soll der Igelstachelbad aber noch ein paar weitere positive Effekte auf die Gesundheit haben können. Der Igelstachelbad soll nämlich unter anderem Immunsystem stärkend und verdauungsfördernd sein, außerdem soll er die Symptome in den Wechseljahren lindern und bei der Gewichtsabnahme unterstützen können. Kommen wir zum nächsten Stachelbad und zwar dem estigen Stachelbad. Auch der ist ein Folgezersetzer, der vor allem auf totem Laubholz gern Buche zu finden ist. Auch der estige Stachelbad ist selten, er befindet sich deshalb in Deutschland auf der roten Liste bedrohter Arten und hat dort den Status RLG, Gefährdung unbekannten Ausmaßes erhalten. Finden kann man den estigen Stachelbad insgesamt vom Spätsommer bis in den späten Herbst hinein. Bewohnt eine Art einen dicken Totholzstamm, dann kann die Art durchaus über mehrere Jahre hinweg auf dem gleichen Substrat erscheinen. Weiter geht's mit dem Tannenstachelbad. Auch der Tannenstachelbad ist natürlich ein Folgezersetzer und kann auf lebendem oder totem Holz erscheinen, aber in dem Fall normalerweise nicht auf Laubholz, sondern Nadelholz, gerne Tanne, wie es der Name halt schon andeutet. Laut der Literatur soll der Tannenstachelbad bereits ab dem späten Sommer gefunden werden können. Bei uns in den Landkreisen Mühldorf und Altöttingen-Oberbayern gab es bisher keinen Fund der Art vor September. In den uns bekannten Habitaten der Art an der nördlichen und östlichen Landkreisgrenze vom Mühldorf am Inn beginnen die Stachelbärte meist zum Monatswechsel September-Oktober zu wachsen und sind dann bis mindestens November zu finden. Erst nach den ersten harten Frösten sterben die Fruchtkörper dann leider ab. Der Tannenstachelbad war tatsächlich unser aller allererster Fund aus der Gattung der Stachelbärte. Unseren Erstfund machten wir vor vielen Jahren an einer noch lebenden Tanne, die zum Glück bis heute steht und zuverlässig fast jedes Jahr einen wunderschönen Tannenstachelbad hervorbringt. Es gab seit 2017 nur zwei Jahre, 2021 und leider auch 2023, in denen der Tannenstachelbad an der mittlerweile geschützten Tanne nicht erschienen ist. Es kann also gut sein, dass so eine Art wie der Tannenstachelbad mal ein Jahr fehlt, dafür aber im Folgejahr dann aber wieder erscheint. Auf den deutschsprachigen Raum bezogen ist der Tannenstachelbad insgesamt als selten bis sehr selten zu beschreiben. Ja und auch der Tannenstachelbad befindet sich deshalb mit dem Status RL2 stark gefährdet auf der roten Liste bedrohter Arten. Während es bei uns lustigerweise 2023 weder mit dem Estigen noch mit dem Tannenstachelbad geklappt hat, obwohl wir die bekannten Habitate regelmäßig kontrolliert haben, klappte es mit einem Erstfund aus der Gattung der Stachelbärte und zwar dem hier zu sehenden Dornigenstachelbad. Auch der Dornige Stachelbad ist so ein kleiner Ausnahmekandidat. Warum? Ja, erstens sieht er gar nicht mal so typisch nach Stachelbad aus, hat eher so eine bisschen seitliche Wuchsform, außerdem soll der Speisewert ein bisschen geringer sein und auch Heil- und Vitalpilzeigenschaften werden dem Dornigen Stachelbad nicht nachgesagt. Der Dornige Stachelbad ist ein Folgezersetzer und erscheint vor allem auf Stämmen und Stümpfen von Totem Laubholz. Besonders gerne erscheint die Art auf Birken- und Buchen-Totholz. In manchen Jahren erscheint der Dornige Stachelbad bereits ab Juni. Meist ist die Art aber eher von September bis November zu finden. Der Dornige Stachelbad ist, wie eigentlich alle Arten aus der Gattung der Stachelbärte, selten und befindet sich deshalb auf der roten Liste bedrohter Arten, in dem Fall mit dem Status RLG, Gefährdung unbekannten Ausmaßes. Jetzt solltet ihr umfassend über die Gattung der Stachelbärte informiert sein. Wie schon bei der Gattungsbeschreibung oder beim Gattungsporträt zu dem Schnecklingen geschrieben, bitte bitte gerne Feedback in die Kommentare, ob euch diese Gattungsporträts auch so interessieren wie unsere Pilzporträts. Dann behalten wir das nämlich bei. Ja und dann machen wir regelmäßig neben den normalen Artenporträts zu einzelnen Arten, gerne auch hier und da mal ein Gattungsporträt. Ich hoffe mal das Gattungsporträt hat euch gefallen. Wenn ihr was mitnehmen konntet, freut es mich riesig. Mich würde natürlich zum Abschluss auch wieder interessieren, wie sieht es denn bei euch mit den Stachelbärten aus. Habt ihr schon wilde Vorkommen vom Igelstachelbad, vom Dornigenstachelbad, vom Tannenstachelbad oder vom Estigenstachelbad entdeckt? Ja für mich sind Funde von Stachelbärten in freier Natur immer was extrem Besonderes und mich freut es riesig, dass wir jetzt endlich im Pilzjahr 2024 alle Stachelbärte beisammen haben. Ich wünsche euch noch eine tolle Restwoche und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilz- bzw. Gattungsporträt. 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 Gattungsporträt.